Wer in Schule und Studium volle Leistung bringen möchte, sollte sich körperlich und geistig fit halten. Die zunehmende Reizüberflutung durch die multimediale Gesellschaft fordert unseren Gehirn und unseren Nerven einiges ab. Das Ergebnis? Stress. Der Leistungsdruck im Beruf, aber auch im sportlichen Bereich, nimmt ständig zu. Ob Profisportler oder Freizeitsportler. Die Folge? Stress, Depression, Blackout. Wir wollen deshalb über die richtige Ernährung unseres Gehirns sprechen. Über gesunde und ausgewogene Gehirnnahrung. Lesen Sie alles dazu im kostenlosen Report. Und übernehmen Sie wieder das Ruder. Bis zum nächsten Mal. Jederская bis nh получится. Untertitelung des ZDF, 2020